Was kannst du in der Montessori Diplomausbildung für das 6- bis 12-jährige Kind an der Montessori Akademie Wien lernen? Ganz einfach, alles was Schlüssel sind, die wir den Kindern in diesem Alter geben. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren streben ja nach geistiger Ordnung, wollen alles über alles wissen, die Welt begreifen, durchschauen, die Zusammenhänge erkennen können und genau dafür gibt es in der Montessori Pädagogik die kosmische Erziehung. Kosmische Erziehung heißt, dass die Kinder Schlüsseldarbietungen bekommen, Schlüsselmaterialien von uns bekommen, um sich damit die Welt und deren Zusammenhänge tatsächlich erschließen zu können. Eine sehr, sehr spannende Ausbildung, auch durchaus intellektuell hochstehende Ausbildung, weil 6- bis 12 Jahre heißt natürlich sehr große Spannweite von geistiger Entwicklung und es heißt auch viel Material. Neben der Montessori Theorie, die wir in jedem Montessori Diplom Lehrgang lehren, neben den entwicklungspsychologischen und sonstigen entwicklungsspezifischen Hintergrundinformationen, die wir geben in jedem Diplom Lehrgang, jetzt eben speziell für 6- bis 12, bekommst du im 6- bis 12 Lehrgang ganz, ganz viele Materialien zu sehen und natürlich auch zum Arbeiten, die es in herkömmlichen Montessori Diplomkursen gar nicht gibt. 6- bis 12 ist eine spezielle Altersgruppe, hat spezielle Entwicklungsbedürfnisse und wir brauchen eine spezielle Ausbildung dafür. Die Montessori Pädagogik hat etwas dafür vorgesehen, die Montessori Akademie Wien bietet diese Ausbildung seit vielen Jahren an mit international ausgebildeten Montessori Dozentinnen für diese Altersgruppe, sodass du wirklich alle Materialien und alle Darbietungen kennenlernen kannst, ausprobieren kannst und dir erarbeiten kannst, die man für diese Altersgruppe braucht im Rahmen der kosmischen Erziehung. Ganz konkret heißt es, du lernst hier über 100 Charts kennen, Bildtafeln und wie man damit arbeitet. Du lernst hier alle 6 Zeitleisten, die es gibt, gut, gut, gut kennen und die Arbeiten, die wir damit den Kindern zeigen, aber auch anbieten. Du lernst natürlich auch die Mathematik Materialien kennen und die anderen strukturierten Materialien wie zur Grammatik zum Beispiel oder zur Musiktheorie, die die Kinder wirklich bis 12 Jahre und gern auch darüber hinaus, was den Lehrplan betrifft, verwenden, um sich daran zu entwickeln, um ihr Wissen zu erweitern, um ihre geistige Entwicklung voranzutreiben und sich mit ihren Themen dann auch forschend und selbsttätig erarbeitend beschäftigen zu können, die sie besonders interessieren in einer kurzen oder längeren Phase. Es geht in der Montessori Diploma Bildung 6 bis 12, also auch darum, wie wir die Kinder überhaupt inspirieren können, in ihre Forschungsthemen einzutauchen. Welche Schlüsselfragen sie brauchen, um forschend tätig werden zu können. Es sind ja unterschiedliche Schlüsselfragen, ob ich mich in der Botanik bewege und Pflanzen bestimmen möchte, oder ob ich mich mit Satzbau beschäftigen möchte und wissen muss, welche Arten von Nebensätzen gibt es denn überhaupt und mit welchen Schlüsselfragen komme ich dazu. Die 6 bis 12er Diploma Bildung an der Montessori Akademie Wien ist im deutschsprachigen Raum nahezu einzigartig. Es gibt außer diesen Kursen wirklich nur ganz, ganz wenig und sehr punktuell und ganz, ganz selten einen Kurs, der tatsächlich den gesamten Bereich 6 bis 12 abdeckt und an der Montessori Akademie Wien gibt es das jetzt Zeit. Ich glaube, ich muss kurz nachrechnen, seit 27 Jahren kann man jederzeit hier mit einer 6 bis 12 Ausbildung beginnen.